so war heute scheint es mit bauchsteck es ist jetzt noch mal das gleiche wie eben jetzt ist noch mal das match okay aber ich will so aus dass der nummer gerade was haben wir denn hier mal pimmel eda es hat sogar drei davon so okay ich habe es ist sinnvoll hier ja ist es nächste woche werde ich auch am start wenn wieder ich habe gott sei dank mal samstag frei ich muss ja quasi jetzt morgen noch mal arbeiten aber erst um neun überhaupt nicht wir kommen durch ich habe jetzt meinen ich habe ich habe jetzt mein viertes ja nordstags mobil naja beim streit kommt eigentlich immer wieder darauf an auf welchem standort du bist da jawohl ich habe zwei inklusive planter liegt hier ja es hört sich als wär bei mir irgendwo was hatte gar hatte geworfen hat mich aber nicht läuft wieder raus leute nicht so offensiv jawohl schön in der ecke 25 ich werde fleißig die hat gerade gut glück gebracht ja ja ich habe meine bombe lokalisiert verteidigung entsprechen es bleibt noch zehn sekunden ich muss jetzt noch meine idee dass ich die gegend werfen habe ich schon gemacht dann war die zeit zum verstärken news hier ist im lachbaraum und der gleicher fetter hier gegenüber bei mir nachladen Ich lade ihn nach! Ich vernehme meine Drohne. Wieder Trainingsraum war das. Verdammt! Sledge! Hättest du nicht gestorben oder der Headshot gekriegt. Ich werde das nicht gestorben. Ja. Wow. Nice. Also das war jetzt mal ein... Das liegt nur an uns. Das wird schon bei Mario Kart die Rainbow Road gefahren. Hahaha. Er weiß ja, es war tatsächlich ein nicht für möglich gehaltener Sieg. Na dann, auf. Na ja, mal kurz die Runde, mal kurz die Runde aufgeräumt und die Gegner so... Ja ja, aber ihr wollt es jetzt nicht schlechter machen als es war. Das ist toll. Ja. Ja ja. Eure Drohne hat eine Drohne gefunden. Noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden durch Einsatz. Schau mal, wo? Ich bin hier voll cool, du hast... Naja. 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 Gut gemacht, auf jeden Fall. Definitiv. Nice, Warren. Sie sind auf jeden Fall da, wo wir eben waren. Warte mal, warte, 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 warte. Oh. Ohee. Ah, Hilfe, ich muss sie weg. Sie haben auf jeden Fall gerochen, dass ich komme. Das war schon einer vom Fenster. Komm ich doch schnell hoch noch? Puh. Oh. Hier wird gleich richtig heiß. Warte mal, da hinten sitzt der doch. Da hinten sitzt der. Hier ist jetzt auf jeden Fall auch einer, hat sich zumindest mehrmals was bewegt. Ist, ist tot, ist tot, ist tot. Ich hab ihn. Da, der neues Magazin. Wie. Oh. Ich hab ihn. es bleibt noch zehn sekunden ja ja der wird die punkte nur haben jetzt waren die ihre eigenen leute die waren 0 zu 3 der hat jetzt quasi zwei mann von sich selbst von seinem team geholt okay kick's up Und jetzt Kekse reinballern. Boah, ich hab da Sour Cream Chips, fällt mir gerade so ein. Die sind auch geil. Nee, ich muss extra, ich muss ein bisschen abnehmen, deswegen, ja, gerade wenig. Ich hab's bitter nötig. Ja, ich versuche es jetzt gerade, ich versuche jetzt gerade ein bisschen Richtung Weltwirtschaft zu gehen, deswegen wieder. Ich habe heute quasi ein Weltwirtschaftsrezept gekocht. Hm. Komm. Äh, One Pot Spätzle mit Bratwurst, Kohlrabi und, äh, warte mal, Pilzen. Ja, die Vorbereitung dauert halt extrem, weil du alles klein schneiden musst, erst mal. Aber, nee, nee, die sind, äh, quasi, die mussten quasi mit in die Soße, wird in der Kohlsoße mitgekommen. Ist das der One Pot, ich weiß ja alles an einen Top einfach rein. War lecker, auf jeden Fall. So, schön leise. Asami, herzhaft. Asami sitzt hinter den Kisten, da der Luke. Asami sitzt hinter den Kisten, da der Luke. Danke. 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 Lade nach, brauchen wir Deckung. Zeit für etwas Chaos. Einer vom eigenen Druck verbleibt. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Ein Gegner verbleibt. Tschüss. Hatte der gerade... Hatte der gerade... Herzhaft jetzt? Das Skin? Naja. Ich weiß aber nicht, welcher von denen der Doc jetzt war. Tschüss. Ich war ihm zum Schütze. Schmeißt den Penis an, schmeißt den Penis an jemanden und schreit V, V. Klatsch. Radio wieder, oder die, die, ja, ja, die Kosti Jukebox, ne? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die Nadeln warten. Ui, ich soll mal weg, Scheiße, Flores vor dem Tor, wo ich gerade gewinkt habe. Ober auf der Treppe, Schlafzimmergang. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Schleifte die Operator zu eigener Hubs. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Schade. scheiße jetzt da war schön 20 vorn das war leider voll aus der reihe schatz du 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 du